Achtung, wichtiger Hinweis. Free Truth Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die aktuellen Fallzahlen entnehmen wir aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, den Gesundheitsämtern der Bundesregierung sowie Landratsämtern der Regionen, über die wir berichten. Die Zahl der Intensivbelegungen entnehmen wir aus dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle anderen Berichte stammen aus öffentlichen Medien. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Und wer unseren Kanal und unsere Arbeit unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube. Herzlichen Dank hierzu im Voraus. Bleibt mit uns in Kontakt, schaut zu uns in die Telegram-Gruppe. Ihr findet uns auch auf Facebook, schreibt uns eine E-Mail, free truthmedia.gmx.de und auf D-Live findet ihr unsere Live-Übertragungen. Und auch unsere Button-Aktion läuft natürlich weiter, setzt mit uns ein Zeichen. Schickt uns eine E-Mail, free truthmedia.gmx.de und ihr bekommt von uns euer Button-Bestellformular. Hallo zusammen, es ist Donnerstag, der 26. August. Herzlich willkommen hier bei free truthmedia. Und heute wieder wie gewohnt für euch. Die aktuellen Corona-Fallzahlen und wir beginnen mit Gesamtdeutschland. Positiv getestet, Entschuldigung, in den letzten 24 Stunden laut dem Robert-Koch-Institut in ganz Deutschland 12.626 Personen und gesundet in den letzten 24 Stunden 3.900 Personen. Verstorben in den letzten 24 Stunden in Gesamtdeutschland an oder mit Covid-19 21 Personen. Hospitalisiert heute Stand 14 Uhr 864 Personen. Hier haben wir plus 64 gegenüber Dienstag, wo wir zum letzten Mal vermeldet haben. Also 864 Personen, die momentan an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation versorgt werden. Ja und somit heute aktuell positiv getestete Personen in der Bundesrepublik Deutschland 95.300 laut dem Robert-Koch-Institut. Im Prozent liegen wir bei 0,11 Prozent, 99,89 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Die 7-Tage-Inzidenz für Deutschland liegt bei 66,0. Tja, 7-Tage-Ehrwert liegt bei 1,19 Stand 24. August. Denn auf der offiziellen Seite der Bundesregierung wurde der seit dem 24. nicht mehr aktualisiert. Von daher gibt es heute leider keinen aktuellen. Wir schauen weiter nach Bayern. Hier meldet das Robert-Koch-Institut in den letzten 24 Stunden 1785 neue positive PCR-Tests. Gesundheit in Bayern in den letzten 24 Stunden 500 Personen. Und an oder mit Covid-19 verstorben in den letzten 24 Stunden in ganz Bayern 2 Personen. Hospitalisiert heute Stand 14 Uhr haben wir 131 Personen. Hier haben wir plus 14 gegenüber Dienstag, wo wir zum letzten Mal vermeldet haben. Also momentan 131 Personen, die an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation in Bayern versorgt werden. Ja, und somit heute tagesaktuell positiv getestete Personen in ganz Bayern. 12.100 in Prozent liegen wir bei 0,09 Prozent. 99,91 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Bayern. Zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Auch heute der Blick ins Dashboard des Robert-Koch-Instituts, was Bayern betrifft. Hier vermeldet das Robert-Koch-Institut 1785 neue positive PCR-Tests, also neue Covid-19-Fälle. Wir haben aber wieder heute die aktuelle Tabelle des LGL in Bayern. Und wie ihr sehen könnt, 1339 neue positive PCR-Tests, also neue Fälle laut dem LGL. Denn wir haben heute auch wieder 491 Nachmeldungen in Bayern. Ja, und was die Personen betrifft, die an oder mit Covid-19 verstorben sind, hier haben wir plus eine Person. Und das übereinstimmt heute mal mit dem LGL in Bayern. Also ihr seht hier wieder die Differenz bei den Fallzahlen. Deswegen haben wir nicht aktuell 1785 plus, sondern nur 1339 neue positive PCR-Tests. Es gibt auch 23 Löschungen. So viel zu der Transparenz. Also ihr seht unten die aktuelle Tabelle oder die aktuellen Daten des LGL in Bayern. Und oben ist das Robert-Koch-Institut. Und wir schauen noch auf die Belegung der Intensivstationen. Heute am 26. August, Stand 14 Uhr. Der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Und da liegen wir heute in Bayern bei 4,1 Prozent. Im Nachbarland Börden-Württemberg bei 4,3 Prozent. Und diese Daten stammen aus dem DIWI-Intensivregister. Das waren die Zahlen zusammengefasst. Und wir schauen zusammen in die Meldungen. Tja, ihr Lieben, Bundestag verlängert Corona-Notlage. Wen hat es überrascht? Mich oder euch bestimmt auch nicht. Das war klar, das war abzusehen, dass das natürlich verlängert wird. Denn daran hängen natürlich auch viele Beschränkungen und Verordnungen, die daran an dieser Entscheidung jetzt geknüpft sind oder auch die ganze Zeit schon waren. Und heute in der Bild die Überschrift Angst vor neuen Verboten. Der Artikel ist ganz spannend geschrieben, denn da gibt es auch einen kleinen Widerspruch am Ende. Tja, schon wieder der Bundestag hat die Verlängerung der epidemischen Lage beschlossen. Bedeutet, der Corona-Ausnahmezustand, der eigentlich am 11. September auslaufen sollte, wird nochmal weitere drei Monate verlängert. Der Bund kann damit weiter massiv in Freiheitsrechte eingreifen. Diesmal stimmten zumindest die Opposition, die Opposition, oh Gott, was ist heute los, geschlossen dagegen. Auch in der GroKo gab es vereinzelt Widerstand. Und unter anderem Andreas Mattfeld von der CDU, der Maik Behmann von der CDU und die Silvia Bandl von der CDU. Insgesamt votierten 43 Prozent der Abgeordneten gegen die Verlängerung. Aber dennoch ist es durchgegangen. Und Mattfeld zu BILD Live, dem TV-Sender von BILD. Ich stimme dagegen. Selbst Gesundheitsminister Jens Spahn habe gesagt, dass es zu keinem Zeitpunkt in Deutschland eine Überbelastung oder Überlastung des Gesundheitswesens gedroht habe. Länder wie Dänemark, die Niederlande, Großbritannien beweisen, dass es auch anders geht. Und der SPD-Politiker Florian Post sagte bei BILD Live, klipp und klar, das geht zu weit. Die Lage ist eine andere. Das muss man anders regeln. Post hatte schon Verfassungsklage gegen den Bundes-Lockdown eingereicht. Und Spahn begründet die Verlängerung im Bundestag unter anderem damit, dass weiterhin eine Maskenpflicht in Bus und Bahn und Einzelhandel nötig sei. Doch das hätte der Bundestag auch im Infektionsschutzgesetz lösen können, unabhängig von der epidemischen Lage. Und der grünen Abgeordnete Dieter Jan Zezek nannte die Verlängerung des Ausnahmezustands bei BILD Live eine Faulheit des politischen Handelns. Der Bundestag sollte die Verantwortung nicht länger den Ländern zuschieben. Und der SPD-Politiker, der Karl Lauterbach, wieder Sprache argumentierte bei BILD Live, der Staat müsse weiter Erkrankungen verhindern, Kinder schützen. Jetzt kann man sagen, naja, das ist alles nicht so wichtig. Da werden ja nicht mehr so viele sterben. Es wird zwar Long-Covid geben, aber das sind dann nicht so viele. Vielleicht 10, 15 Prozent der Erkrankten bei den Kindern. Vielleicht 5 Prozent. So wieder unser Herr Lauterbach. Und dann kommt hier im gleichen Artikel, ich habe den noch ein bisschen größer gemacht, der letzte Kommentar vom Herrn Gassen. Denn der sagt, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der hielt gegen den Kommentar vom Herrn Lauterbach. Diese Zahlen seien durch nichts belegt, sondern eine Angstkeule. Aktuell gäbe es in Deutschland 2.800 gemeldete Verdachtsfälle von Long-Covid bei unter 18-Jährigen. Das seien kaum mehr als 0 Prozent. So der Herr Gassen und jetzt, Herr Gassen, dann tun Sie was, dann handeln Sie doch endlich. Dann machen wir doch da eine, ja, dann machen wir doch da wirklich mal was draus. Ihr kommentiert immer auch dieser Gassen und sagt, das ist doch ein Quatsch, die zahlt es doch. Aber dennoch läuft es gestern so durch diesen, ja, ich möchte sagen, kompletten Irrsinn drüber. Das überrascht uns ja nicht. Sämtliche Studien etc. Sämtliche Fachleute werden noch alles ignoriert. Ist denen in Berlin doch alles wurscht. Die Lage wird verlängert. Das ist Fakt. Und sie wird mit Sicherheit nach den drei Monaten nochmal verlängert. Denn das ist dann im Dezember, da haben wir Grippesaison, da sind die Zahlen hoch. Da wird es nochmal natürlich und nochmal und nochmal. Das, glaube ich, gibt so eine Neverending Story. Und all diese Fachleute, die immer sagen, die Regierung, das ist doch alles nicht begründet. Das sind doch Zahlen, wie jetzt hier der Herr Gassen. Dann reagiert, dann handelt. Und dann wird sich eventuell vielleicht mal was bewegen. Das ist mein Kommentar dazu. Oh Gott, ich weiß, der Film wird heute mir wieder einiges einbringen. Dazu komme ich am Ende nochmal. Und es gibt auch Neues aus Bayern. Der Söder kündigt Krankenhausampel an und keine FFP2-Pflicht mehr. Also FFP2 ist jetzt Geschichte in Bayern. Jetzt reicht wieder diese ganze OP-Maske. Ja, der hat für die kommende Woche eine neue Corona-Verordnung. Unabhängig von der Inzidenz abgekündigt, der Herr Söder. Und zudem soll die FFP2-Maskenpflicht in Bayern fallen. Wir werden eine einfachere und verständlichere Verordnung auf den Weg geben, sagt der CSU-Chef heute in München. Und er betonte, Basis bleibe, dass er diese Woche geltende 3G-Prinzip mit Freiheiten für geimpft, genesen und getestet. Zudem werde es Warnstufen geben, die die Krankenhausbelastung berücksichtigen, je nach Bettenauslastung. Auch bei Intensivbetten werde es eine gelbe und rote Warnstufe geben, bei der es dann strengere Corona-Auflagen gebe. Söder betont, dass es keine weiteren Lockdowns wie in der ersten drei Corona-Wellen mehr geben sollte. Dies sei im Umgang mit Geimpften und Genesenen nicht mehr rechtlich möglich. Da funktioniert es recht scheinbar irgendwie dann doch wieder. Und darüber hinaus, so Söder werde in Bayern die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken fallen. Künftig würden sogenannte medizinische Masken gleichgestellt. Die nächste Kabinettssitzung in Bayern ist dann am Dienstag, wo dann alles wieder beschlossen wird. Wir sind gespannt. Wir bleiben dran. Und ja, jetzt ist FFP2 wieder Geschichte. Jetzt ist wieder die OP-Maske dran. Es kommt ja richtig zum richtigen Zeitpunkt, so nach dem Sommer. Den ganzen Sommer sind die Leute in Bayern mit der FFP2-Maske rum. Jetzt, wo es kühler wird, jetzt reicht die OP-Maske wieder. Was für ein Irrsinn. Ihr müsst mich heute entschuldigen. Ich bin auf 300. Und der Irrsinn ist auch in München angekommen. Das war eine Meldung, die wollte ich eigentlich am Dienstag mit reinnehmen. Hat von der Zeit her nicht gepasst. Machen wir aber heute noch. Und da geht es jetzt eigentlich bei privaten Veranstaltungen aus besonderem Anlass wie Geburtstag, Hochzeit und Tauffeiern oder auch Vereinssitzungen sind im Freien nur mehr 50 Personen und in Innenräumen nur mehr 25 Personen zulässig. Auch hier werden Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt. So weit, so gut. Bei öffentlichen Veranstaltungen mit einem von Anfang an klar begrenzten und geladenen Personenkreis ist die maximal zulässige Personenzahl ab Donnerstag auf 50 Personen unter freiem Himmel und auf 25 Personen im geschlossenen Räumen begrenzt. Geimpfte und Genesenen werden hier allerdings wieder mal mitgezählt. Bereits seit gestern gilt bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen die 3G-Regel. Ach, es wird heute skurril. Wir haben auch eine neue beim RKI. Es gibt jetzt eine Hospitalisierungsrate. Die stieg heute auf 1,38. Das Robert-Koch-Institut meldet deutschlandweit 399 Hospitalisierungen mit Covid-19. Im Vergleich zum Vortag ist die Hospitalisierungsrate auf 1,38 Vortag 1,28 Vorwürfe 1,10 angestiegen. Das geht aus dem Lagebericht vom Dienstag hervor. Die Rate gibt die Anzahl der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche an. Auf dem Höhepunkt der Pandemie lag der Wert über 10. Der Anteil der Corona-Patienten auf Intensivstationen liegt derzeit bei 3,5%. Die aktuellen Zahlen gibt es hier. Ja, braucht man gar nicht, weil ich habe die Zahl jetzt noch nicht so richtig mitverfolgt, wenn ich ehrlich bin. Weil das Robert-Koch-Institut hat dort auch wieder wahnsinnige Datenschwierigkeiten. Denn aus Hamburg gibt es zum Beispiel heute keine Zahlen. Also da ist auch wieder viel, viel, viel Durcheinander mit dabei. Ja, und jetzt kommt auch gleich heute noch Intensivmediziner Bettenzahl nimmt ab jetzt. Wo es natürlich wieder wichtig ist, weil es ein Wert ist, der ja in Zukunft mit einberechnet wird. Der Intensivmediziner, der Christian Karagianidis, zeigt sich besorgt über die Ausstattung auf den Intensivstationen. Die Zahl der betreibbaren Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit geht von Monat zu Monat zurück auf jetzt etwa 9.000, twittert Karagianidis. Der wissenschaftliche Leiter der sogenannten Divi-Melderegisters für Krankenhäuser ist, viele Kliniken melden uns Personalprobleme. Das Personal ist müde und wird weniger. Ja, das kann ich nachvollziehen, ihr Lieben da draußen. Ihr wisst, wir haben immer ein bisschen Kontakt mit Menschen, die in der Pflege arbeiten, auch auf Intensivstationen. Und die sind aber schon seit Jahren am Limit. Leute, die arbeiten unter wirklich unmenschlichen Voraussetzungen viele, viele Stunden für schlechte Bezahlung. Ja, natürlich. Und ich bin immer der Meinung, man muss denen einfach mehr bieten, mehr Geld bezahlen, dann wäre das was. Aber was soll ich noch dazu sagen? Ich verstehe die auch, dass die sagen, hey, wir arbeiten ständig am Limit. Das hat nicht unbedingt was mit Corona zu tun. Das war vorher auf den Intensivstationen ja auch so. Also wenn da draußen Intensivpflegerinnen, Intensivpfleger arbeiten, die mir gerade so ein bisschen die Lage und die, ja, so die Meinungen auf den Intensivstationen oder auch auf den normalen Belegstationen wiedergeben möchten, tut das. Schreibt mich an www, äh, nicht www, sondern free-to-mediate-gmix.de. Eure Daten oder euer Inhalt wird natürlich anonymisiert behandelt. Aber mich interessiert mal, wie ist die Stimmung wirklich bei euren Krankenhäusern? Denn wenn ich sie offiziell anschreibe, gibt es momentan 0,0 Auskunft, was sehr schade ist. Was haben wir heute noch? Ja, Biontech, Pfizer reichen weitere Daten zur Auffrischungsimpfung ein in Amerika. Das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer wollen weitere Daten für die Zulassung einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bei der US-Arzneimittelbehörde der FDA einreichen. Eine Phase-3-Studie ergab nach Angaben der Hersteller, dass eine Auffrischungsimpfung mit ihrem Maxime signifikante neutralisierende Antikörpertiter gegen das Coronavirus aufweise. Ein entsprechender Antrag mit diesen Daten soll demnach bis Ende der Woche in Amerika eingereicht werden. Eine Phase-3-Studie ist für die Zulassung eines Medikaments entscheidend. Sie prüft die Wirksamkeit eines Präparats und beinhaltet gewöhnlich deutlich mehr Teilnehmer als vorangegangene Studien. Auch ein wichtiger Satz, mehr Teilnehmer als vorangegangene Studien. Die Teilnehmer der Studie haben den Unternehmen zufolge die dritte Dosis des Corona-Impfstoffs zwischen 4,8 Monaten und 8 Monaten nach Abschluss der zweiten Impfung erhalten. Die neutralisierenden SARS-CoV-2-Titer gegen den Wildtyp-Stamm waren einen Monat nach der Auffrischungsdosis 3,3 Mal so hoch wie der Titer nach der herkömmlichen zweiten Impfdosis, hieß es in einer Mitteilung. Und jetzt Achtung, an der Phase-3-Studie hätten 306 Probanden im Alter von 18 bis 55 Jahren teilgenommen. Für Komplett Amerika wird jetzt dieses Teil eingereicht und in dieser ach so wichtigen dritten Studie, dritten Phase haben genau 306 Probanden teilgenommen und man sagt ja, eine Phase-3-Studie ist für die Zusatzung eines Medikaments entscheidend. Sie prüft die Wirksamkeit eines Präparats und beinhaltet gewöhnlich deutlich mehr Teilnehmer als vorangegangene Studien. Dann frage ich mich, wie viele Teilnehmer hatten die denn bei den vorangegangenen Studien, wenn sie jetzt bei der ach so wichtigen Studie 306 Probanden hatten? Da könnte man mal drüber nachdenken. Und dann habe ich mir geguckt, Mensch, wie schaut es denn in Deutschland mit der dritten Impfung aus, mit der Booster-Impfung? Was sagt denn da das RKI-Paul-Ehrlich-Institut dazu? Oder vielleicht auch, wie hieß das Institut, wo keiner mehr ernst nimmt? Ach, die STIKO, genau. Also auf der RKI-Seite 26.8. hat mich gewundert 2021 ganz aktuell heute. Aktuell werden international diverse Studien zu der Fragestellung durchgeführt, ob und gegebenenfalls in welchem Zeitabstand eine Covid-19-Auffrischungsimpfung notwendig sein wird. Die STIKO hat mit der Evidenzaufarbeitung begonnen. Jetzt begonnen. Da im Laufe des Septembers noch relevante Daten für diese Fragestellung erwartet werden, wird sich die STIKO voraussichtlich nicht Ende, nicht vor Ende September, beziehungsweise Anfang Oktober positionieren können, was eine dritte Auffrischungsimpfung betrifft. Darum geht es. Die Beantwortung dieser Frage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dauer des Impfschutzes nach primärer Impfserie, der Wirkweise des Impfstoffs, mögliche Immunitätsentwicklung gegen Impfstoffkomponenten oder der Wirksamkeit gegen neue Virusmutationen. Und bei vielen Standard- oder Indikationsimpfungen ist dem Fohlen nach einem bestimmten Zeitintervall eine Auffrischung zum Erhalt des Impfschutzes durchzuführen. Stand 26.08.2021. Nur mal so zur Information. Verdammt aktuell. Und was ist aber in Deutschland los? Dritte Impfung, Auffrischungsimpfung mit Barentech. Erstes Bundesland startet mit dritter Impfung. Bundesländer starten mit Auffrischungsimpfung. Dritte Corona-Impfung, Auffrischung startet schon. Hey, da gibt es noch nicht mal Daten dazu. Da gibt es noch nicht mal Empfehlungen von RKI und STIKO. Und unsere Politiker haben beschlossen, natürlich der Gesundheitsminister vorneweg, ihr wisst, der, der früher mal als Bankkaufmann brillierte, der hat jetzt gesagt, dritte Auffrischungsimpfung und alle machen mit. Und die Fachleute haben sie noch nicht mal empfohlen, beziehungsweise darüber entschieden, ob das überhaupt nötig ist, in welchem Zeitabstand und wie auch immer. Das ist Deutschland 2021. Und dann kommt heute wieder meine Ethikrats-Dame. Ihr wisst, die hat heute gesagt, 2G ist keine Impfpflicht durch die Hintertür. Tja, der deutsche Ethikrat hält das Hamburger 2G-Optionsmodell nicht für eine Impfpflicht durch die Hintertür. Eine Pflicht ist etwas, dem man sich nicht entziehen kann, sagt die Ethikrats-Vorsitzende Alena Büx, dem Hörfungsender NDR Info. Das sei hier nicht der Fall. Stattdessen werde, Achtung, Druck aufgebaut, um es attraktiver zu machen, sich und andere zu schützen. Die 2G-Option ist in Hamburg von Samstag an möglich. Dann können Veranstalter entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen, die dann weitgehend von der Corona-Einschränkung befreit sind, oder ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen. Dieses bezieht sich getestet und damit Ungeimpfte ein, unterliegt aber den bisherigen Corona-Einschränkungen. Und Büx sagte, aus ethischer Sicht sei das 3G-Modell besser, weil es mehr Teilhabe bietet, wenn sich die Situation aber weiterhin verschlechtern würde. Sei 2G ethisch vertretbar, wenn damit maßvoll umgegangen werde. Man sollte vorher alles andere ausgeschöpft haben. Wichtig sei zudem vorab zu überdenken, welche Bereiche betroffen seien. Die Diskothek ist nicht der sportfreien und auch nicht der Behördenbesuch. Hoppla, Behördenbesuch 2G. Da kam doch die Überraschung dann nochmal am Ende von dem Artikel 2G-Behördenbesuch. Hm, das ist doch spannend. Tja, das ist der Ethikrat. So schaut es aus. Es gibt natürlich keine Alternativen zur Impfung. Alle Arzneimittel, alle Medikamente, die jetzt zugelassen sind, sind keine Alternative laut des Ethikrats. Und ja, dann wird es noch skurriler. Der CDU-Wirtschaftsrat fordert einen Freedom Day für Geimpfte. Ja, Freedom für Geimpfte. No Freedom für no Geimpfte. Der Wirtschaftsrat der CDU hat einen Freedom Day gefordert, an dem Geimpfte und Genesene alle Freiheiten ohne Wenn und Aber zurückbekommen sollen. Eingriffe in die Freiheit der Menschen seien nur gerechtfertigt, wenn es eine Krisenlage im Gesundheitssystem bestehe, sagt die Astrid Hamka. Ist die Präsidentin des Wirtschaftsrates. Und dies sei derzeit nicht der Fall. Eine Ausnahme sei die Maskenpflicht in Gebäuden. Ah, wir haben dieses Mal keinen Fall der Überlastung, keine Krise im Gesundheitssystem. Und dennoch wurde die, ja, Lage, die epidemische Lage mit nationaler Tragweite, jetzt habe ich es gestern verlängert, obwohl sie sagt auch selber, eigentlich nichts da, um es zu verlängern. Freedom Day für Geimpfte. Und wenn ihr denkt, das war schon an Skurrilitäten, muss ich euch heute enttäuschen. Deutschland, das Land der, früher war es mal Dichter und Denker, jetzt fällt mir dazu nichts mehr ein. Vielleicht der Denunzianten dafür, da gibt es genug. Also auch bei mir wird der Gegenwind größer. Aber ich denke mir immer, hey, betroffene Hunde bellen, und wenn die so viel Zeit für mich investieren, dann tun sie wenigstens was Sinnvolles. Und erste Impflotterie in Deutschland startet. Hauptgewinn in Höhe von 1,15 Millionen Euro möglich. Millionengewinne Autos und Urlaubsreisen in Ländern wie den USA. Boomt die Impflotterie bereits. Nun ist auch in Deutschland die erste Verlosung für Geimpfte gestartet. Über eine Million zählt der Hauptgewinn. Hamburg, Millionengewinne für die Corona-Impfung. Das gab es bislang vor allem im Ausland. Unter anderem die USA, Russland und China setzten auf verschiedenste Gewinne, um die Menschen zum Impfen zu bewegen. Nun ist es offenbar auch in Deutschland soweit. Der Online-Lotto-Anbieter Lotto24 kündigt an, Millionengewinne an Geimpfte zu verlosen. Kritik kommt von Suchtforschern. Unglaublich. Impflotterie in Deutschland bis zu 1,15 Millionen Euro für den PIX. Ist ja nur ein kleiner PIX. Passiert ja nichts bei den PIX. 1,15 Millionen Euro, so ist der erste Preis in Deutschland. Erste Impflotterie mit dem Hauptgewinn. Der Soziallotteriefreiheit. Moment, Moment. Mit dem Hauptgewinn der Soziallotteriefreiheit plus Winken. Eine monatliche Auszahlung von 5.000 Euro für 15 Jahre und ein Sofortgewinn von 250.000 Euro. So die Lotterie insgesamt will Lotto24 2 Millionen Gratistipps verteilen. Gespielt wird nicht 6 aus 49, sondern 7 aus 35. Die Chance auf den Hauptgewinn soll hier laut dem Veranstalter 21 mal höher sein als bei den üblichen 6 aus 49. Ein Gratistipp bedeutet ein geschenktes Feld. Weitere Felder, die die Gewinnchancen erhöhen können, hinzugekauft werden. So Lotto24. Teilnehmen kann jeder Erwachsene, der bis zum 30. September mindestens einmal geimpft ist. Und auch Personen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können, haben die Möglichkeit teilzunehmen. Jede Impfung ist bereits ein Gewinn, den sie bringt uns. Moment, jetzt wird es spannend. Auch Personen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können, ah ok, können, wenn sie es nicht gesundheitlich können, haben die Möglichkeit teilzunehmen. Jede Impfung ist bereits ein Gewinn. Sie bringt uns einem Alltag ohne Einschränkungen durch die Pandemie ein großes Stück näher. Wir möchten einen Teil dazu beitragen, dass sich jede Impfung noch mehr auszahlt. Mit etwas Glück, so bar in barer Münze. So Lotto24. Ja, und Impflotterien Deutschlands. Suchtexperten sind kritisch, doch Risiko ist wohl gering. Auf Sucht nach der Impfkritik, sieht die Aktion die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Ah, da schau her, Daniela Ludwig. Impfen ist unser Weg raus aus der Pandemie. Gar keine Frage, aber jetzt alles, was geht, als Anreiz für den Piks anzubieten, halte ich für schwierig. Sie setze lieber auf Überzeugungsarbeit und niederschwellige Impfangebote, so die Politikerin gegenüber der Funken-Zeitungen, Funken-Medien-Gruppe. Tja, so ist es. Auch die Suchtexperten, die Verena Küberbusch, Suchtexpertin für Glücksspielsucht in NRW, sind skeptisch. Ich finde es fragwürdig, wenn ein Angebot mit einem gewissen Suchtpotenzial mit der Impfung verbunden wird, sagt sie gegenüber der Funken-Medien-Gruppe. Sie halte das Suchtrisiko dennoch für gering. Die Zielgruppe der Impf-Lotterie seien aktuell primär junge Menschen. Bei Lotto gelten vor allem ältere Personen als suchtgefährdet. Und die Suchtgefahr bei einem einmaligen Freilos und einer Ziehung pro Woche ist als gering einzustufen. Es wird dadurch niemand Impf-Lotterie süchtig werden, so auch Tobias Heyer, Bremer Suchtforscher. Aber da steht die Suchtgefahr bei einem einmaligen Freilos und einer Ziehung pro Woche. Vielleicht gibt es dann mehr. Ja, der Rest aus den USA hat man schon. Tolles Bild. Da gab es dann auch einen Joint für die Impfung, alles für die Gesundheit. Ich finde es einfach spektakulär. Tja, so ist es. Und dann kommen wir zu einem Thema heute, wo ich mir denke, erkläre das jetzt mal genau diesem Menschen hier. Nenne ich den Friedrich seiner Kultschuhmacher. Der ist nach seiner Corona-Impfung jetzt im Rollstuhl und vom Bauchnabel abwärts gelähmt. Das ist jetzt ein krasser Bruch in der Sendung, aber ich muss es einfach mit reinbringen. Weil wenn man immer hört, der Piks erklärt doch, liebe Leute da draußen, die jetzt eine Impf-Lotterie machen und allem drum und dran. Erklärt doch mal ihm hier, dass das ja nur ein kleiner Piks war. Und er hätte ja auch eventuell Geld gewinnen können. Er hat jetzt gar nichts davon. Er sitzt im Rollstuhl, bangt um seine Existenz. Erklärt ihm das doch mal bitte. Und auch all diejenigen, die immer bei mir in den Kommentaren schreiben, lasst euch impfen. Hey, erklärt es ihm. Lest euch den Bericht mit mir zusammen durch. Ich finde es nämlich sehr wichtig. Mit seiner Liebe zum Handwerk und viel Herz brachte es John O'Hara, 59, zum Kultschuhmacher von Friedrichshain. Kunden aus ganz Berlin kamen in sein Geschäft an der Lebuser Straße. Doch seit zwei Monaten sind dort die Jalousien runtergelassen, wegen Krankheit geschlossen. Was nicht auf dem Zettel im Fenster steht, O'Hara hat sich mit AstraZeneca impfen lassen und sitzt jetzt im Rollstuhl. BZ besucht ihn in einer Reha-Klinik bei Berlin. Die Beine sind gelähmt. Er kann weder stehen noch laufen. Die Feinmotorik der Hände funktioniert nicht selbst. Einen Joghurtbecher öffnen geht nicht mehr dazu. Ein Dauerschmerz im Rücken. Dabei wollte O'Hara nur der Empfehlung der Bundesregierung folgen und sich frühzeitig gegen Corona immunisieren lassen. Mit einem Herzinfarkt als Vorerkrankung gehörte er zu Prio-Gruppe 3. Seine Kardiologin fand, es spreche nichts gegen das AstraZeneca-Vaccine. O'Hara musste als Laie die endgültige Entscheidung treffen, wie hunderttausende andere. Am 7. Juni ließ er sich mit dem Mittel impfen. Nur zwölf Tage später plötzlich ein Stechen der Schmerzen seiner Lendenwirbelsäule und eine Odyssee begann. Allein Allgemeinmediziner, Notaufnahme, Fachärzte, kein Befund. Die Schmerzen waren wie Folter, sagte der Schuhmacher. Die Taubheit zog von den Beinen bis in die Hände. Erst nach einer Woche diagnostizierten die Ärzte der Parkklinik Weißensee ein Julian-Barr-Syndrom. Es schreitet rasch voran. Das Immunsystem zerstört die Ummantelung der Nervenzellen. Mit Therapien stoppten die Experten den Prozess. Und sie meldeten dem in Deutschland zuständigen Paul-Ellich-Institut den Verdacht auf eine Impfkomplikation. Eine Häufung von GBS-Fällen nach AstraZeneca-Impfung waren der Europäischen Arzneimittelbehörde bereits Anfang Mai bekannt. Auch das Pai zählte bis Ende Juni. Schon 51 Fälle, doch erst im August wurde ein Warnhinweis in den Aufklärungsbogen aufgenommen. Ich könnte ausflippen, wenn ich sowas lese. Mein Fall wäre vermeidbar gewesen, sagte John O'Hara. Wären die Ärzte zeitiger über GBS als seltene Folgen sensibilisiert worden, hätten sie meine Symptomatik schneller erkannt. Soviel zu den Impfnebenwirkungen. Und wenn heute einer in meinen Kommentaren schreibt, lasst dich impfen. Leute, ich befasse mich gar nicht mehr mit euch in Zukunft. Ihr seid es mir nicht wert, denn wenn ich solche Sachen lese, dann muss ich immer wieder dran appellieren. Leute, lasst euch nicht in die Impfung drängen. Entscheidet selber, entscheidet frei. Aber bedenkt auch, was eventuell dabei rauskommen kann. Das sagt der Arzt nicht. Das hat auch dem seine Allgemeinärztin nicht gesagt. Die steht da, ach ja, tja, jetzt blöd. Das hilft ihm, aber jetzt auch nichts mehr. Und dann kommen die noch heute dazu. Werbung für das Impfen der Fall der Idole. Habe ich das heute mal genannt, weil die Musiker werben jetzt auch fürs Impfen. Liebe Musiker, ihr seid einfach... Mir fehlen die Worte. Ich möchte auch gar nicht jetzt das sagen, was ich denke, weil das wäre schlimm. Zahlreiche Musiker, Bands und Festivals haben mit einer gemeinsamen Kampagne ihre Fans millionenfach zu Impfungen gegen das Coronavirus aufgefordert. Damit sollen die stockenden Impfquoten vorangetrieben werden, damit das Leben weitergeht, heißt es etwa bei der Berliner Band die Ärzte. Nein, da geht es euch nicht ums Leben. Da geht es einzig und allein um eure Kohle. Denn euch ist scheißegal, ob das dann nach der Impfung den Menschen so geht wie dem Schuhmacher aus Berlin. Euch ist wichtig, dass ihr wieder auf die Bühne könnt, dass ihr wieder Kohle kassieren könnt. Das ist euch wichtig. Ihr macht das rein aus kommerziellen Dingen heraus. Und das von einer Band wie die Ärzte? Ey, was habt ihr für Texte geschrieben? Zu den Beteiligten gehören Roland Kaiser, Sarah Connor, Howard Carpendale, Max Herre, Jan Delay, Trettmann und Peter Maffay. Außerdem dabei sind Bands wie Einstürzende, Neubauten, Element of Crime, Bab die Toten Hosen, Beatsticks, Tokotronics, Silbermond und Deichkind. Zudem beteiligten sich große deutsche Festivals. Die Veranstalter sprachen am Mittwoch von einem Verteiler mit Millionen Fans, Nutzern und Interessierten. Tja, ihr solltet dann, wenn es schief geht, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ihr ganzen Möchtegern Musiker mit euren kritischen, politischen Texten. Kann man alles in die Tonne treten. Müsst man eigentlich seine CD-Regale ausmisten und dieses ganze Zeug denen zurückschicken und sagen, könnt euren Müll behalten, weil alles, was ihr in der Vergangenheit ja gesagt habt, über selber denken, kritisch denken, hinterfragen, ja, ist ja alles für ein... Okay. Frankreich hält trotz Protesten an der Impfpflicht fest. Ja, es ist leider auch in Frankreich so. Ihr wisst, da gehen die Menschen seit vielen Wochen auf die Straße. Es werden immer mehr, aber die Regierung bleibt hart. Ab 15. September müssen die Menschen in den Pflegeberufen dort eine Impfung nachweisen und sonst werden Sanktionen verhängt. Gegen alle Gesundheitskräfte, die bis dahin nicht mindestens eine erste Impfdosis erhalten hätten. Da sind wir gespannt. Ich glaube, dass dann dieses Wochenende vielleicht der Protest noch mehr wird. Aber ihr seht, auch hier ist es hart für die Pflegekräfte. Denn ansonsten verlieren die halt ihren Job. Das ist jetzt hier in Frankreich so. Das wird aber in Frankreich, aber das wird natürlich bei uns eventuell genauso kommen. Es gibt immer die Vorreiter da draußen und dann plötzlich ist es bei uns genauso. Und auch die Pflegekräfte protestieren gegen Impfvorschriften. In Griechenland griechische Krankenhausangestellte haben aus Protest gegen Corona-Impfvorschriften der Regierung für fünf Stunden die Arbeit niedergelegt. Vor dem Gesundheitsministerium in Athen protestierten etwa 300 Menschen gegen die Vorschrift, nach der Mitarbeiter von Krankenhäusern und Pflegeherren mindestens einmal geimpft seien oder einen Nachweis darüber vorlegen müssen, dass sie eine Corona-Infektion überstanden haben. Wer dies nicht tut, wird ab kommenden Mittwoch von der Arbeit freigestellt. Gewerkschaftsvertreter erklärten, sie hätten nichts gegen Impfungen. Zwangsvorschriften lehnten sie aber ab. Die Angestellten hätten das Recht selbst zu entscheiden, ob sie geimpft werden wollen oder nicht. Man werde sie nicht ohne Schutz lassen. Patienten stehen nicht in der Gefahr von Pflegedienstmitarbeitern, mit dem Coronavirus angesteckt zu werden, versicherten die Gewerkschaften. Die Menschen stecken sich in der Gesellschaft an. In Griechenland ist die Zahl der Neueinsteckungen pro Tag in den vergangenen Wochen ständig angestiegen. Auch die Zahl der schweren Krankheitsverläufe nimmt zu. Intensivbetten für Corona-Kranke werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums zu 69 Prozent ausgelastet. Mehr als 90 Prozent der Menschen, die auf Intensivstationen gegen Covid-19 behandelt werden müssten, seien nicht geimpft, sagte der Minister der Vasilis Kikilias. Gut, die Hälfte der 11 Millionen Griechen und Griecheninnen ist vollständig geimpft. Tja, ist überall das Gleiche. Mega geimpft, Zahlen steigen. Hier in Deutschland auch Impfquote steigt, Inzidenz steigt, Fallzahlen steigen. Letztes Jahr übrigens hatten wir um die gleiche Zeit mit keiner Impfung um die 6.000 und ein paar zerquetschte neue Fallzahlen. Dieses Jahr am gleichen Datum, ein Jahr später mit einer Impfquote von über 60 Prozent in Deutschland, über 12.000. Aber interessiert ja niemanden, außer uns, die meinen Kanal schauen. Und Japan zieht 1,63 Millionen Moderna-Impfdosen aus dem Verkehr, stoppt nach den Berichten über die Verunreinigung mehrerer Ampullen die Verwendung von 1,63 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Modernas. Das Pharmaunternehmen Takeda, das in Japan für die Verteilung des Moderna-Vaccins zuständiges teilte, mit mehrere Impfzentren im Land hätten fremde Substanzen in noch ungeöffneten Impfstoffampullen festgestellt. Da seien Abstimmungen mit dem Gesundheitsministerium entschieden worden, Impfdosen von drei ganzen Chargen nicht mehr zu verwenden. Ja, und dann einen Maskenausschuss gibt es auch in Bayern. Die Aufklärung soll kommen, aber ganz wichtig, nach der Wahl. Erst sollen alle schöne Kreuzchen machen und nach der Wahl beginnt man dann diesen Maskenskandal aufzuklären. Und auch noch weitere Fälle von da davor sollen untersucht werden. Der von drei Oppositionsparteien des Maximilian Neums geplante Corona-Masken-Untersuchungsausschuss soll auch Geschäfte der Staatsregierung aus der Vergangenheit beleuchten. Nach dem am Donnerstag vom Grünen, SPD, FDP vorgestellten Fragenkatalog sollen Verträge der Ministerien oder nachgeordneten Behörden seit dem Jahr 2010 untersucht werden, an den Abgeordneten beteiligt waren. Die Fraktionen wollen dadurch insbesondere sehen, ob es Provisionszahlungen an Politiker gab. In der Maskenaffäre wird in teils mit einem halben Jahr vor der Regierung Fragen der Opposition nicht beantwortet. Seit der Opposition geht es genau wie mir. Diese Behörden beantworten meine Fragen auch nicht mehr, erklärten die Vertreter der drei Fraktionen. Und zudem sei die Einsetzung eines Sonderermittlers oder einer Sonderermittlerin verweigert worden. Daher müssen nun ein Untersuchungsausschuss die Hintergründe der Geschäfte mit Corona-Schutzausrüstung konsequent und transparent aufklären. Der Antrag für den Ausschuss soll erst nach der Bundestagswahl eingereicht werden. Es wird damit gerechnet, dass spätestens im Februar 2022 die konstituierende Sitzung stattfindet. Nach der Wahl. Ha! Unglaublich, oder? Ja, du kannst heute durchschauen, was du willst. Überraschung, YouTube löscht mehr als eine Million Videos zu Corona seit Pandemiebeginn. Wissen wir, wir waren ja auch schon mit im Club. Die Videoplattform YouTube hat seit dem Beginn der Pandemie mehr als eine Million Videos mit gefährlichen Falschinformationen zum Coronavirus gelöscht. Ausschlaggebend für die Entscheidungen sei der Konsens der Experten von Gesundheitsorganisationen, wie der Weltgesundheitsorganisation erklärte, die zum Internetriesen Google gehörende Online-Plattform am Mittwoch. In manchen Fällen seien Falschinformationen wegen der Faktenlage aber weniger eindeutig. Unsere Richtlinien konzentrieren sich auf die Entfernung von Videos, die direkt zu erheblichen Schaden in der realen Welt führen könnten, schrieb der YouTube-Produktverantwortlicher Daniel Mohan in den seit Februar 2020 gelöschten Videos seien etwa falsche Heilmittel gegen Covid-19 angepriesen oder die Pandemie als solches in Zweifel gezogen worden. Also ja, ja, was soll ich dazu sagen? Also auch dieses andere Vakzin von dem Herrn Stöcker, die Videos wurden auch alle gelöscht. Ach und Wodak und Bakhti und wie sie alle heißen, das sind ja alles Verschwörungs... Oh Gott, ich darf schon wieder nicht sagen. Ja, da entscheidet man drüber, was ihr seht und was ihr eben nicht seht. Und dann kommt er, die Maske und Laschet. Es ist ein ewiges Drama, er hat ein neues Video und ich habe nachgeprüft. Es ist tatsächlich so, es wurde vor kurzem aufgezeichnet, während die Maskenpflicht bestand. Nicht, dass wir da alle sagen, ja, aber da war keine Maske. Doch, war. Ja, denn es ist so, dass es in der ARD-Mediathek sogar noch zu finden ist. Also ARD-Mediathek, Laschet, Kanzlerkandidat, on tour, schaut es euch an, findet ihr das Gleiche. Er hat sich einen Aussetzerlaubt, nennt man das hier, hat sich zum Hotspot der Corona-Pandemie entwickelt. NRW ausgerechnet jetzt zeigt ein Video, wie Ministerpräsident Damian Laschet einen Imbiss ohne Maske betritt. Im Netz erntet er dafür einen Shitstorm. Ungünstiger hätte der Zeitpunkt wohl kaum kommen können. In NRW steigt die Inzidenz seit Ende der Sommerferien rasant an. Das Bundesland entwickelt sich zum Corona-Hotspot im gesamtdeutschen Vergleich. Und ausgerechnet jetzt kursiert auf Twitter ein Video des NRW-Ministerpräsidenten, wie er fröhlich, allerdings ohne Maske, ein Geschäft seiner Heimatstadt Aachen betrifft. Schaut euch das Ganze an, könnt ihr auf der ARD-Mediathek. Ist nicht rausgeschnitten, ist nicht aus dem Zusammengeschnitten, ist völlig korrekt. Armin Laschet ohne Maske-Video zeigt, wie Ministerpräsident Aachener Imbiss betritt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe es hier. Wir schauen es uns einfach mal an zusammen. Vielleicht geht es. Jetzt kommt es. Achtung! Laschet, die Maske. Hallo, 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 hallo. Alles gut? Ja. Bei Ihnen auch? Ja, da kann ich mir denken. Das ist für mich normales Leben. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Man weiß so schön, wann nochmal. Bei Ihnen auch? Ja. Ja, da kann ich mir denken. Das ist für mich normales Leben. Ah! Also, Pandemie. Nationale Tragweite. Alles ist schlimm. Und der Herr Laschet geht ohne Maske in Aachen in den Imbiss. Jetzt sagen wieder die Kritiker, hat es halt mal vergessen. So wie der Herr Laschet sich in diesem Bericht, denn der geht noch weiter, benommen hat, trägt Herr Laschet wohl eher die Maske sehr selten. Bis nur dann, wenn halt irgendwo eine Kamera dabei ist. Denn er lief auch noch durch die Innenstadt, hat die Leute munter begrüßt, ohne Abstand, ohne Maske. Und Leute, wenn ihr euch so verarschen lassen wollt, und ich meine jetzt nicht, die hier meine Videos regelmäßig schauen, die anderen, dann tut es weiter. Aber bitte hört auf, uns als Verschwörungstheoretiker, Schwurbler oder sonst irgendwas zu bezeichnen. Das Einzige, was wir können, uns ganz schnell in die rechte Ecke zu drängen. Ihr dürft auch den Herrn Laschet wählen. Ihr dürft ihn auch toll finden, wenn ihr findet, dass er das gut macht, in einer Pandemie mit nationaler Tragweite einfach mal auf die Maske zu verzichten. Und er stirbt auch immer noch nicht. Er war auch beim Kohleabbau ohne Maske. Er lebt immer noch, der Söder lebt immer noch ohne Maske. Und all die Maskenjünger, die haben die Maske echt auf, wenn die Kamera dabei ist. Aber ihr glaubt es uns nicht. Das ist euer Fehler. Ihr dürft die Maske auch 24 Stunden tragen von mir aus. Ich treffe mittlerweile Menschen, die haben so viel Schiss. Die tragen die Maske allein auf offener Straße. Das war die ganze Zeit schon. Ich glaube aber auch, die tragen die Maske, wenn die mit ihrem Partner zusammen im Bett liegen. So viel Angst haben die Menschen. Die sind so verblendet vor der Realität. Denn hey, wenn es so gefährlich wäre oder vielleicht ist, dann würde unsere Politikerinnen und Politiker aus dem Bunker regieren, damit ja kein Fünkchen von irgendeinem Keim an sie herantreten würde. Die würden nicht munter durch die Welt reisen, wie unsere Frau Merkel zu ihrem G7-Gipfel, wo übrigens auch nur das Personal Maske getragen hat, aber die ganzen Großen da oben auch nicht. Was, ihr anderen? Das glaubt ihr uns nicht? Tja, dann schaut euch halt mal die ganzen Bilder in den Mainstream-Medien vom G7-Gipfel an. Euer Problem. Schaut an, wie die Frau Merkel mit unserem Biontech-Gründer und seiner Frau nach der Führung ohne Maske, ohne Abstand geredet hat, wo sie dachte, ist es keine Maske mehr da. Und dann kommt es noch mit dem Video. Und dann hat er am Ende auch noch einen, Moment mal, einen Schnaps getrunken. Warte mal. Wollt ihr sehen? Laschet und Schnaps. Pass auf. Ich bin mir selbst erledigt, dass man einkaufen geht, dass man sich Essen holt. Mir macht das sogar Spaß, also dann auch Leute zu treffen, wieder eine Geschichte zu hören, die mir dann erzählt wird oder was in der Woche passiert ist. Also, er lasst es uns gelingen. Genau. Leute, der Kioskbesitzer hat das ja noch am Ohr hängen. Aber am Herrn Laschet seine Maske war schon wieder gar nicht mehr zu sehen in dieser Sequenz. Also, ach ja. Debatte auf Twitter. Ach und hin und her und rüber und nüber. Wieder mal der Fallcheck. Ihr seht, es ist einfach so, es sind Tage. Und ich nehme mir jetzt ja gerade so ein bisschen Zeit, um mich um andere, wie wirklich viele andere Themen zu kümmern. Aber es kommt keine Ruhe herein. Und die Irrsinn geht einfach jeden Tag noch weiter. Und er steigert sich auch noch jeden Tag. Ich meine, mittlerweile bekomme ich echt richtigen Gegenwind. Ich habe auch jetzt eine Hommage bekommen. Es gibt jetzt ein neues Video über mich. Da bin ich jetzt so eingereiht bei Bodo Schiffmann und Markus Heinz. Falls derjenige zuschaut, hey, tolles Video über mich. Hast du super gemacht. Freut mich, dass du so viel Zeit für mich investiert hast. Hast du wenigstens was richtig Sinnvolles gemacht. Und ja, auch du darfst deine Maske 24 Stunden tragen. Der Herr Laschet macht es nett. Aber wenn du das magst, ist es völlig in Ordnung. Und auch du darfst dich impfen lassen. Das ist jedem seine freie Entscheidung. Aber bitte, lass es jedem seine freie Entscheidung. Und es geht nicht darum, ob man irgendwie hier aus Solidarität... Erklär mal die Solidarität jemandem, der jetzt eben so einen Impfschaden hat. Erklär ihm mal die Solidarität. Und schau dann mal, wo die Solidarität ist, wenn du derjenige bist, der eben so einen Schaden von sich getragen hat. Und du es gemacht hast, damit es den anderen gut geht. Aus solidarischen Gründen. Also hört auf mit euren Shitstorms. Langweilt mich nicht. Ich nehme mir keine Zeit mehr für euch, denn ich habe echt viel Anfragen. Ich habe viele E-Mails. Wir kriegen wahnsinnig viele Meldungen. Ich komme nicht hinterher. Aber das macht nichts. Ich brauche Informationen von euch. Also wenn ihr wirklich belegte Sachen habt, schickt es mir. freetofmedia.gmx.de Es bleibt geheim. Es bleibt an uns. Natürlich wird es nicht öffentlich gemacht. Es sei denn, ihr besteht draus. Wenn es aus erster Hand es euch selber betrifft und ihr sagt, das muss raus an die Öffentlichkeit, dann tun wir das natürlich. Ja, also das sind, aber es muss belegt sein. Es muss Tatsache sein. Das ist ganz wichtig. Und nicht aus dem Konsens oder aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist einfach eine Sache, die geht dann auch nicht. Jetzt haben wir heute 43 Minuten. Ich weiß, es ist lang. Aber das Wochenende steht vor der Tür. Ihr wisst, nächste Sendung gibt es nächsten Dienstag. Ich brauche einfach Zeit. Ich komme nicht mehr hinterher. Wir sind ein Zwei-Personen-Team. Das ist freetofmedia. Aber es ist wichtig und wir machen das weiter. Und deswegen dauert es jetzt auch gerade mit den E-Mails ein bisschen länger. Aber ich denke, das ist okay. Und wenn ihr jetzt heute Abend das Video schaut, teilt es euch vielleicht auf zweimal an. Und wenn ihr am Wochenende unterwegs seid, bitte passt auf euch auf. Es findet auch wieder eine Veranstaltung in Berlin statt. Ihr wisst, die mögen das da jetzt nicht so. Denn es kommt auch immer darauf an, natürlich aus welchem Anwalt es, aus welchem Anlass es Veranstaltung geht. Wenn so ein anderes Motto so CSD wäre, da wäre das okay. Aber wenn das so gegen die Regierung geht, das wollen die nicht finden, die sich immer so auf den Schlips getreten. Passt auf euch einfach auf. Egal wo ihr seid und trefft euch wirklich mit Menschen, die euch gut tun. Und viele haben auch gefragt, was machen wir denn jetzt, wenn die Lage verlängert wurde? Wie auch immer es. Leute, manchmal sitze ich selber da und denke mir, wie soll das weitergehen in Deutschland? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber ich habe mir heute was überlegt. Und ich glaube, das könnte uns vielleicht ein bisschen helfen, das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Schaut mal in Frankreich zum Beispiel, habe ich gelesen. Da setzen sich die Menschen mit ihren eigenen Tischen, Decken und Stühlen vor die Restaurants, wo sie nicht reingelassen werden, weil sie nicht geimpft sind und picknicken dort. Und die Restaurants und Cafés seien da wohl halb leer. Das macht den Managern dort, den Inhabern natürlich richtig zu schaffen. Tja, und dann können die sich überlegen, ob sie weiterhin an diesem Zeug dran teilnehmen. Es gibt Restaurants in Deutschland, die sagen, bei mir kommt jeder rein. Lasst uns die unterstützen. Wir drehen doch einfach mal den Spieß um. Nehmt uns doch einfach mal als diejenigen, die sagen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Wir ignorieren euch. Wir bilden uns unsere eigene Geschichte. Wir wollen nicht mit Menschen zu tun haben, die so eine Spaltung machen. Ja, zeigt denen doch einfach mal die rote Karte und sagt, nö, du nicht. Und fördert und unterstützt diejenigen, die das nicht tun. Und da gibt es mit Sicherheit sehr viele. Man muss sich nur ein bisschen erkundigen. Und dann ist es uns doch wurscht. Lasst die doch ihren Dingen tun. Ihr seht doch, was Impfung bewirkt. Ja, und ich bin kein Impfgegner. Nochmal, überhaupt gar nicht. Aber alles zu seiner Zeit und alles, nachdem es so erprobt ist, wie es in der Vergangenheit war. Und ich lasse es mir nicht vorschreiben, jetzt etwas zu tun, was weder erprobt ist, noch langfristig erprobt ist. Denn wenn ich den Schaden danach trage, dann ist keiner derjenige da, für die ich das aus Solidarität gemacht habe. Darüber muss man einfach nachdenken. Und deswegen lasst uns den Spieß umdrehen. Wir umgeben uns mit uns, mit Menschen, die uns gut tun. Und die, die einfach so eine gespaltene Gesellschaft wollen, ignoriert sie. Lasst sie weg. Lasst sie nicht an euch ran. Die tun uns nicht gut. Die kosten uns Energie. Und Energie brauchen wir für uns selber und für unsere Menschen in unserem Umfeld, die genauso denken wie wir. Und die einfach dahinter schauen. Das hat nichts mit Verschwörung zu tun. Und bitte, ihr Hater, hört auf mit dieser scheiß Nazi-Keule. Wenn ihr meine Vergangenheit kennen würdet, wie oft und wie lange ich in der Flüchtlingshilfe gearbeitet habe, dann würde euch sowas im Traum gar nicht einfallen. Also damit kommt ihr bei mir auch nicht an. Es geht einfach nur darum, dass wir uns informieren und selbstbestimmt und frei entscheiden, was wir tun, wann wir es tun. Und vor allem, wenn es um unseren Körper und unsere Gesundheit tut. Und da sind wir viele. Und jetzt wirklich an dieser Stelle. Wir sind viele. Gebt nicht auf. Egal wie die Entscheidungen sind im Moment. Bleibt dabei. Ich appelliere an euch. Bleibt dabei. Wir finden Wege und Mittel. Na klar. Wichtig ist einfach nur, dass wir Informationen, die wir haben, Studien, die wir haben, belegte Studien von Fachleuten, dass die rausgehen. Und dass das auch die Geimpften dann mal durchlesen und sagen, boah, das habe ich nicht gewusst. Ja, woher sollen sie es denn auch? Es kommt doch nicht im Mainstream. Ja, dann schickt es denen, redet mit denen und sagt denen, okay, du hast dich jetzt zweimal impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Aber bei der dritten überlegst du dir doch mal, schau doch noch mal irgendwie was anderes an. Und ich meine jetzt nicht hier, surf 25 Stunden auf Telegram, sondern schau dir andere Berichte an, schau dir Studien an, schau dir das RKI an, die jetzt noch keine Zulassung oder beziehungsweise keine Empfehlung gegeben haben für die dritte Booster-Impfung. Das ist aber von der Regierung schon beschlossen. Es wird schon drauf losgeboostert. Das müssen wir denen mitteilen. Und am Ende, glaube ich, wird es gut. Aber es wird natürlich noch ein bisschen dauern. Und es wird vielleicht auch kein leichter Weg. Aber zusammen machen wir uns einen leichten Weg daraus. Und deswegen bleiben wir für euch dran. Also bleibt in der Mitte. Genießt euer Wochenende. Radio, Fernseher aus. Trefft euch mit lieben Menschen. Und wir sehen uns hier wieder am Dienstag zum gewohnten Format. Und teilt, liked, kommentiert, versachlich, konstruktiv. Schickt uns E-Mail, free-truth-media-at-game-x.de. Und ich sage ganz vielen lieben Dank an alle, die mich unterstützen. Ganz vielen lieben Dank an alle, die mir tolle Feedbacks schicken und aufbauende E-Mails schicken. Und ich hoffe, ich kann euch auch immer was zurückgeben. Und ja, das war es von mir auf dieser Stelle. Wir sehen uns, wie gesagt, am Dienstag wieder. Danke fürs Zuschauen. Und jetzt durchatmen. Bleibt in der Mitte. Zusammen kommen wir da durch. Lasst die anderen anders sein. Denn wir sind auch anders. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis Dienstag. Euer Dirk. Ups. Jetzt kommt der Trailer. Achtung. Ciao. Ciao.